Das soll die Überraschung sein. Ja, ja genau. Also da drin ist die Überraschung, Marlon. Da drin. Was ist das für ein... Das ist ein Labyrinth. In dem musst du deine Überraschung suchen. Nein. Lohnt sich das? Junge Marlon, du wirst aus... Lohnt sich das? Natürlich lohnt sich das. Das ist die heftigste Überraschung, die du seit langem gehabt hast. Okay, 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 okay. Wenn du sagst, es lohnt sich, mach ich's. Genau, wir sind hier nämlich, haben uns zusammengesetzt als Community, haben gesagt, wir wollen dir eine Freude machen. Dadurch, dass du uns so viele Lacher schon beschert hast, ja. Ist auch mal lange, lange, lange Zeit schon angebracht. Ja, finde ich, fanden wir auch. Aber ja, danke. Danke an alle deine Zuschauer. Kein Problem. Du musst einfach nur rein. Ich glaube, es lohnt sich. Und dann solltest du es eigentlich so, wenn du gut bist, in fünf Minuten hast du deine Überraschung. Fünf Minuten? Fünf Minuten, ja. Okay, hier soll ich rein, wo ich bin? Einfach rein und dann loslaufen. Und da drin ist die Überraschung. Ich gehe jetzt einfach irgendeinen Weg, ne? Ich muss es selber finden. Keine Tipps, kein gar nichts. Also, lauf erst mal los und suche erst mal. Du wirst das schon finden. Okay. Das ist falsch. Hier. Wenn das schon so anfängt, aber egal. Es lohnt sich. Hoffentlich. Safe. Ey, du wirst dich so freuen. Ich schwör's dir. Warum? Warum hat das verschiedene Farben? Das sieht doch alles so gleich aus. Aber es hat verschiedene Farben. Wer hat sich die Sch*** ausgedacht? Das war meine Idee. Guck mal, so ist das sogar einfacher. So weißt du, wo du schon mal warst und wo du nicht warst. Warum sind hier Löcher im Boden? Darf ich da rein? Da würde ich nicht rein, nein. Ich bin wieder im lilanen Bereich. Was? Warum komme ich hier nicht weiter? Ja, du musst schon ein bisschen suchen. Das ist halt kein kleines Labyrinth, ne? Du hast fünf Minuten gesagt. Ja, und du bist seit einer Minute da drin. Jetzt bin ich in dem lilanen Bereich wieder. Mann, ich mag mich, macht sowas zu aggressiv. So schwer ist das gar nicht, Marlon. Wie kommt denn aus diesem lilanen Bereich raus? Ja, da bist du doch schon wieder raus, oder nicht? Jetzt bin ich im blauen. Ja, aber hier geht's irgendwie nicht weiter. Ja, da musst du halt besser gucken. In der Ruhe liegt die Kraft. Ich bin wieder im lilanen Bereich. Aber es geht hier nicht anders weiter. Ja, geht doch wieder zurück. Ja, ich weiß den Weg nicht. 20 Minuten später. Ah, ah. Okay, geh ich jetzt in den blauen oder in den grünen Bereich? Ich geh in den blauen nochmal. Da war ich noch nicht. Und dann den grünen. Hä? Jetzt bin ich im gelben. Hast du... Wer... Welcher... Welcher Mensch mit Farbsteuerung hat das Labyrinth gebaut? Hä? Was hast du gegen Farben, Marlon? Ich geh in den blauen. Du hast doch gesagt, im blauen ist es nicht. Im lilanen und blauen auf jeden Fall nicht. Okay, ich bin im grünen Bereich. Ich bin im grünen Bereich. Nein, ich in den lilanen bin ich nicht. Ich glaube, wenn ich mich richtig verändere, war die Überraschung sogar im grünen Bereich. Ich weiß es nicht mehr genau. Was? Ich glaube, im grünen Bereich war es. Ja, ich... Ich... Dann bin ich ja schon fast da. Ich kann sogar drüber gucken ein bisschen. Aber es bringt mir nicht viel. Schon gefunden? Ich dachte, aber nein, es ist so ein... Äh, die Überraschung übersiehst du auf jeden Fall nicht. Sieht doch aus wie eine Überraschung. Okay, ich kann sie nicht übersehen. Nein, auf gar keinen Fall. Du sagst, sie ist im grün. Ja. Frank! Aha, jetzt bin ich mir auch gar nicht mehr sicher. Ich glaube, sie war gar nicht im grün. Was denn? Ich habe die Überraschung selber nicht versteckt, Marlon. Ich glaube, sie war im roten. Im roten jetzt? Ja. Warum gibt es da noch rot? Oder war sie doch im orangenen? Oh Gott, warte, jetzt muss ich überlegen. War sie im roten oder im orangenen? Ja, lass mich jetzt einfach. Am besten, du bist ruhig und ich konzentriere mich. Junge! Ich sehe aus, ich bin seit 20 Minuten aufgetragen. Junge, Marlon, du bist einfach schlecht. Junge. Wir haben das Labyrinth getestet. Wir haben das Labyrinth getestet. Fünf Minuten so ungefähr war der Durchschnitt. Ja. Fünf Minuten der Durchschnitt. Ich bin den kompletten Runden bis nicht abgegangen. In den gelben. Ich bin schon wieder in den Glauben gewesen. Ich will mir in meiner Englager hinzufuhr. Junge, Marlon, du regst dich einfach so krass auf und hast wahrscheinlich das Geschenk schon übersehen, weil du dich so aufregst. Bin ich dran vorbei schon? Weiß ich ja nicht. Kann ja gut sein. Ach, wenn du das so sagst, ich bin das Ding vorbei. Bin ich. Hallo, sag jetzt. Ich glaube schon. Ich bin schon vorbei. Ja. Sag, wo ich es habe. Das musst du jetzt selber herausfinden, Marlon. Ich habe dir genug Tipps gegeben. Was für Tipps? Deine Tipps kannst du dir in den F*** fliegen. Du hast mir gesagt, blau. Nein, doch nicht. Lila, nein, doch nicht. Nein, doch. Du weißt doch selber nicht, wo ein Versteck da ist. Voll Opfer. Ich dachte, einmal kriege ich hier irgendwas von deinen Abonnenten und dir. Und ich wusste, dass es wieder hier so ein Scheißer wird. Ich laufe hier im Kreis. Dein Bock mehr. Sag jetzt, wo es ist. Wenigstens welche Farbe. Okay. Okay, pass auf. Wir machen es so, Marlon. Ich gebe dir das Geschenk einfach. Ich gebe dir das Geschenk einfach so. Komm einfach raus. Kriege ich das? Ja. Direkt? Ja. Wenn ich raus? Okay, ich komme raus. Ich komme, ich komme, ich komme. So, Marlon, erinnere dich. Schwing dich jetzt an. Wo geht es raus? Ja, hier lang? Ja, ich glaube ja. Ich glaube, ich bin gleich draußen. Na, falsche Richtung. Du musst zum Liedern hin. Da, genau, ja. Ja. Ah, okay. Da ist wieder eine Sackgasse. Kannst du deine F*** halten? Ich kriege das schon ohne dich hin. Ja, sicher, wie gut du das hinbekommst. Ja, da ist er da. Ja, ja, ja. Geradeaus. Genau, 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 genau. Oh, ah, der Ausgang. Der war doch bei mir da. Hallo, Ausgang! Hä, findest du den nicht, oder was? Kannst du bitte einfach mal ruhig sein? Ist das so schwer für dich? Warte. Hier, 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 hier. Hä? Hier war doch irgendwo der Ausgang! Nein, nein, nein. Ich schmeiß gleich meine Hälfte gegen die Wand. Nein, mach das nicht, Marlon. Wo ist der verdammte... ... ... Ja, ja, beim Lilanen weißt du doch, Junge. Ja, ja, beim Lilanen weißt du doch, Junge. Hä, findest du den nicht mehr, oder was? Junge, ich bin hier in der Arme bestanden. Ein f***er Lamanent. Na aus dem Kreis. Zum Kletzern, dein Finken und den Ausgang. Kannst du mir sagen, wo sie das, was der rechter Ausgang ist? Ah, Marlon, du bist so geil, ne? Ja, und du bist... Hast du das gebaut? Hast du das gebaut? Hm, ich hab's unter... Hast du diesen Sch*** gebaut? Ja. Wir sind glückig und aus Müll. Ja. Dann gib mir doch mal drei, sechs, fünf, 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 fünf. Ich hab keinen Bock. Marlon, wir machen das so, wir treffen uns... Wir treffen uns einfach am Spawn, okay? Oh, endlich. Endlich. Hä, Vigi, du kannst es nicht eingeben. Versteh ich nicht. Slash Spawn. Hä? Du hast keine Berechtigung dazu. Wieso kann ich das nicht... Junge, jeder kann Slash Spawn eingeben. Sonst treffen wir uns bei deinem Grundstück. Oder schick mir ne TPA oder so. Schnell, Marlon. Ich muss auch gleich weg. Es geht... Was hast du für eine... Was hast du alles gemacht? Hä? Junge, Mann. Ich kann keine Befehle angeben. Nein, 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 nein. Du kannst nicht mal. Du kannst nicht mal. Dein sch*** dreckiges Treiberin schickt dir. Und dein sch*** ist am Länden des Inneren. Und dein sch*** ist ein dreckiges Geschenk. Auf deinem Geschenk. User disconnected from your town. Wie geil war das, Leute? Daumen nach oben für mehr. Schreibt in die Kommentare, wie ich Marlon vielleicht mal trollen soll. Und besucht mich auf meinem Minecraft-City-Build-Wirtschaft-Server. Opeso.net Leute, wenn ihr den Server supporten wollt, gebt ingame1.shop. Klickt hier drauf. Und da könnt ihr euch alles Mögliche besorgen, was das Herz begehrt für den Server. Und unterstützt gleichzeitig noch mich und den Server. Und dann war's das jetzt. Haut rein. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Ciao.